Sven, das ist unser erster Anfangsprofacher. Sven, wie fühlst du dich? Und hier wollen wir gleich mit diesem Geheimdienst, wie gesagt, heute noch mal wieder. Wollen wir? Ja, da hinten, vom Friedrad runter, ist noch ein bisschen hoch. Das war's. Das ist mein Geheimdienst. Ahaha! Ja, da rennt's bei dir ab. Ja. Okay, du hast wirklich zuhörst. Mami! 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 Achtung! Buh, a droppe! Achtung, wir können alle! Aua! Bei dem einen ist es richtig gezogen.